moin moin meine freunde und schön dass ihr wieder da seid bei portal night mit dem onkel ja hallöchen und mit nero ja wir sind so geil wir sind so stark wir sind unbesiegbar habt ihr das letzte part gesehen es ist bombe und ich würde sagen wir rüsten uns jetzt auch auf und ich mache alles platt genau und wir haben jetzt ich habe jetzt die möglichkeit hier ich kann nicht weil geht nicht ich kann mich sind wir da warum nicht ich keine ahnung ich ich komme nicht ins wetter liebe freunde weil ich wollte gerade mein punkt noch vergeben geht nicht mehr auf e ich komme nicht rein kommt nicht rein kommt die reihe mann und müssen wir davon scheiße also hier das ist eine ausbessern definitiv ja ja gut dann musst du leider das portal ich kann nicht mal mehr auf dem app nix was hier los was ich kann wirklich nichts mehr machen und vielleicht noch irgendwas jetzt komme ich rein okay und zwar das wollte ich noch zeigen ich habe jetzt hier talenter und talent baum kann ich jetzt hier auswählen zwischen erhöht den abbauschaden und 15 prozent oder reduziert den verlust von haltbarkeit beim abbau um 30 prozent also ich selber persönlich wird steinbeißer nehmen warum weil schleifsteine kostet nichts also ratzfatz wieder gemacht und so kann man schnell abbauen weißt du das geht davon aus dass das ist aber man kann die immer wieder wechseln sich gerade okay das ist cool okay dann jetzt kann ich auch wieder ganz normal mein zeug benutzen komme ich auch wieder auf die web dann würde ich sagen formulieren wir uns mal dahin oder das bei bei den smaragdfeldern die portale finden wo die jetzt waren ich würde mal das messer an die hand nehmen weil das ist also ein portal ist hier dann würde ich sagen setzen wir hier mal dieses portal zusammen eins darf ich auch mal fertig bauen bitteschön dass ich auch mal dass der oberstädte nero hat ein paar tage öffnet portal aktiviert so dann gehen wir gleich hier unten und machen das nächste portal mit sind so gut es war besser hier park 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 ja so ja welches skimmer das unten wird das hier oder du möchtest nicht die ehre unserer weisen dein portal zu zeigen was du geöffnet hast du möchtest also ok wir gucken ob es da so geöffnet hat total cool richtig geil vorher gimpfen wir rum mit dieser billig sachen weiß dann jetzt unbesiegbar wo war denn jetzt dein portal ach da hinten folge mir mein padawan also wir brauchen auch skelette vergiss es nicht wir brauchen brennende sande das klingt ja schon ziemlich nachts gelitten ja wo ist beigetreten und ja wir haben schon vorne schon einen brennenden viel kupfer saugeil viel geil viel geil roter schleim schleimer ganz gut sagen lasst uns erstmal erkunden und bauen dann nachher ab meinst du ich hab gerade wow ok das ist böse aber viel 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 kupfer ok was ist denn jetzt wieder böse böse ne ja wo baut eine brücke die brücke ist gefährlicher als wenn man runterfallen würde weil ich sie gebaut habe jede menge kupfer hier halter schweizer saugut und hier sind auch sie kackt ist jetzt nicht bing 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 wo auch gesagt jeder menge kupfer ich bin im kupferrausch so sehr gut sehr gut okay wir haben jetzt auch an den wänden da unten noch hängen guck mal ich denke mal die lilanen steine die werden bestimmt auch irgendwann mal nützlich werden die können wir zum staub verarbeiten okay aber ich würde sagen wir erkunden ein bisschen immer wenn ich gerade anfangen mit kupfer zu ernten dann sagst du wir erkunden und dann stellst du dich wieder hin und ist ein kupfer ernten und dann ist doch gar nicht wahr jetzt siehst du voll die lügen schon wieder niemals niemals würde ich nur wenn wir zu dritt hier rumgammeln das wird richtig lustig hier um das ding rum um den fels oder bloß diese lila und dann ist wieder ganz schön viel kupfer hängt unten am berg dran okay da muss man sich dann schräg runter bauen am besten ist denn der onkel da oben ist auch kupfer ach also jede menge zeug haben wir also kupfer haben wir definitiv viel oder hinten rennt irgendetwas gummiges rum nehmen wir eine messer an der hand bist du da wo ist aber denn da was ist das denn krieger saug hier oh panzer wir kriegen davon schuppen und den kriegt man schuppen ja die panzer schuppen da das ist ja auch kupfer ja alles kupfer na gut dann lassen wir das mal liegen genau das ist ja hier oh stromquartz genau von denen haben wir aber einige hier ist auch wieder ein haufen kupfer ich brauche hier die brücke also wir müssen da hoch dann da oben gibt es noch ach guck mal hier unten ist ein gebäude denn mit ich bin drin du auch ja aber nur noch lebt so kann ich kann ich hinterher springen ist ja okay ich bin jetzt sicherlich mit dem war noch weiter runter doch weiter runter bloß nicht runterfallen oder ist blauer stein leuchten blauer stein Das nächste Portal ist hier. Diese komischen hellen Steine, die zeigen nämlich das nächste Portal an. Ah, okay. Cool. Und Skelette. Hedele, Skelette. Autsch. Ja, Knochen, ganz wichtig. Was ist denn drin, Liga? Oh, jetzt haben wir hier Schuppen, Knochen, Baumwolle, Schriftrolle der Heilung. Schwache Haltrunk. Guten Tag. Der Stein ist so cool. Ja, mach das mal kaputt. Steinblock, Baumwolle, Kupferplattenblock, Fackeln. Portalsteinfragment. Wee. Oh, geht's genau weiter. Was ist denn hier? Bedeutung, oben geht's hoch. Holz sind für mich ganz wichtig. Äh, Holz soll ich denn machen. Für mich auch. Ob es alle. Wegen der scheiß Rüstung. Aber deine Rüstung geht ja ohne Knochen, oder? Weiß gar nicht. Ne, teilweise nicht. Okay, hier stehen sie noch. Ah, hier geht's weiter. Okay. Ah, da. Ah, da. Uuuh. Brutal. Und das nächste Portal ist offen. Der geht auf den Weg, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber hier geht's ja direkt nach oben. Ich guck mal hoch. Müssen wir ja gar nicht so weit laufen, weißt du. Ich mach hier mal eine Fackel hin. Oh, ähm. Ja. Beide haben wir dieselbe Idee. Was hackst du an komischen Stellen? Eil doch später. Klick, klack, klack. Klick, klack, klack, klick, 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 klick. Ja. Okay, das scheint ja nicht wirklich einen Ausgang zu geben. Uuh. Ein boddelose Rom-Maulwurf. Du weißt es ja, wie es im Untergrund ist, oder? Ja, klar. Hehehe. Kann ich nur um Stunden handeln. Ja, aber irgendwie das Gefühl, dass wir irgendwo... ...dann... ...und Dings rauskommen, wieder. Nichts. Nichts. Wo dann wieder nach unten schauen und dann denken... ...uh. Ähm, nichts. So, ganz nichts ist das ja nichts, ne? Oh, meine. Dings ist im Arisch. So, dann die sieben. Und die sieben. Und die sieben. Und die sieben. Na toll. Hing meine Fackel ja sehr lang dort. Jetzt sind wir doch hier gerade in der schönen Erde, haben wir hier. Das Fackel ist schon wieder weg. Oh, hey, level up. Cool. Nur vom Buddeln. Ist doch mal was. Oh, siehst du, ich wusste es doch, wenn wir jetzt hier schon... Wir gucken ins Nichts. Wir gucken definitiv ins Nichts. Wenn man hier nämlich so gegen die Wand läuft, kann man so durch die Wand manchmal gucken. Und da habe ich gerade gesehen, dass wir mitten in den Felsen reinbuddeln. In die Tiefen. Und weißt du, was so runter geht. Ach, super. Och, das dauert nur das Buddeln zu lang, als wenn ich jetzt immer langlaufe, Mensch, ey. Hätte sein können. Man kriegt keinen Fallschaden, ne? Nee, nee, noch nicht. Aber das fügen sie bestimmt noch rein. Hier geht es auch nochmal hoch. Lässt dran vorbei, okay, ich gucke mal. Bestimmt auch ins Nichts. Hier ist auch ein Nichts. Wir können ja erst auf das Portal überall zugreifen. Das heißt, wir können auf M drücken und dann können wir alles legen. Genau, genau. Wir müssen nur dieses Portal freischalten. Nur für die, die sich jetzt fragen, warum geht er denn nicht durchs Portal? Das machen wir schon noch. Aber halt nicht durchs Portal. Direkt durch. Nee, da wird der Weg ein bisschen arg, ne? Arg. Arg. So. Ja, ich bin oben. Das Ding ist, dass wir hier reingefallen sind. Das heißt, dass wir erst mal wieder raus... Oh, Sternenhimmel. Rausfallen müssen wir sicher. Rausfallen. Oh. Ich hab dich gerade fallen sehen. Oh, hier. Was ist denn das? Halt, ich muss mein Messer... Weißt du, was ist das, Onkel? Spass. Nein. Spass. Wow. Wow. Ich dachte, du wärst das. Okay, ja. Aber der Onkel ist ein bisschen hastig. Aber wir ein bisschen hastig. Da oben ist noch ein Portal. Gezählt, Onkel. So, guck, da oben ist nämlich noch ein Portal. Wie kommen wir denn da jetzt hoch? Müssen wir doch so dämlich... ...büddeln. Oh, meine Treppe. Oh, hier ist doch was. Ach, so, da können wir gleich so abhauen. So, was meine Treppe auch schon mal anders? Oh, mein Gott. sehr gut so rum ich bin oben ja das war er kam er sah er stirbt ist klar au sterben sterben ja da unten sind skelettkrieg vielleicht auch mal sehr interessant Okay, wie kriegen wir denn jetzt die Füße da oben los? Wo bist denn du? Ich bin oben. Wie bist du da hochgekommen? Ich habe mich hochgebuddelt. Hier, drüben, da. Über die Brücke rüber. Und dann waren wir da. Super, super. Ja, Schubi. Dann haben wir noch Skelett kriegen. Oh, sehr gut. Gehen wir wieder shoppen. Wir bauen erst mal die Brücke. Ach, ne, das sind gar keine Skelettkriege. So. Oh, ich habe gar nicht mehr so. Doch, sechs, brauche ich noch. Ich habe sechs. Drei. Vier. Warum setzt du denn davon in Steine? Weil es Spaß macht. Ja, bock. So, haben wir wieder ein paar Portale. Sehr gut. Oh, guck mal, wie viel hier unten Kupfer ist. Ja, so Kupfer haben wir jede Menge. Was ich leider ein bisschen vermissen tue. Kohle. Oh. Hm. Ja, sterb, 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 sterb. Du bist lebensmüde, Onkel. Die schießen halt, das ist halt das Doofe, ne? Ja. Ja, ich bin lebensmüde, Onkel. Ich habe auch keinen Bock, immer da oben rumzustehen und zuzugucken und dich machen zu lassen. Oh, ich habe ja einen Stubenaufstieg, sehe ich gerade. So. Okay, warum bist du rot? Kriegst du ja gerade, äh, Damage? Ich bin fast bald tot, ja. Ähm, ich wiederhole mich nochmal und verbessere mich. Ich bin tot. Ja, ich bin runtergesprungen. Das war mir doch ein bisschen langweilig. Wie haben wir denn? Ist ja bloß noch einer. Ja, der war auch eigentlich fast tot, aber... Nö, er wollte nicht. Warte, jetzt sterb endlich. Das gibt's doch gar nicht. Für einen Drecksack. So, das hören wir uns hier natürlich noch. Wow! Okay, sorry enough. So, ich würde sagen... Achso, die haben wir noch gefragt. Willst du hier beide ab... Willst du noch abbauen oder willst du... Willst du nochmal nach Hause reisen und dann vielleicht nochmal gucken nach Rüstung? Mh, können wir gerne machen, ja. Wir haben jetzt schon ein paar Schuppen mehr zusammen, ne? Weiß nicht, was hast du eingesammelt? Warte mal. Ich bin gerade noch am Kupfer ernten, oder? Äh, Kupfer farmen, würde ich sagen. Okay, ich habe zwei Schuppen gerade mal. Oh, das ist aber echt nicht viel, ne? Ne, ich glaube, da müssen wir doch noch ein bisschen... Mh. Dann würde ich sagen, ein anderer Portal da einfach mal rein, oder? Einfach mal weitermachen, ne? Jo, kommst du da jetzt gerade... Bist du auf dem Weg dort... Oh! Ich bin jetzt an dem, äh... Letzten Portal. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal nach Hause, weil Portalsteine bauen. also ich habe jetzt noch ein Stecken sechs. Ich habe noch einen. Also so richtig fertigen oder ein Fragment? Fertige. Ah, okay. Ah, hier gibt es nochmal Schuppen. Moment. Ach, die machst du gerade, Gott. Stopp, stopp, stopp. So, eine Schuppe. Hui. Bitte nicht zu viel. Gut, Oliver, lieber Onkel. Mhm. Es ist schon wieder soweit. Ach, das gibt es doch gar nicht. Haha. Ja, doch. Leider, leider. Ja, ist gut. Ähm. Machen wir Schluss, oder wollen wir noch... Ne, wir machen Schluss. Genau. Ja, gehen dann in den nächsten Part da rein. Möchte ich... Jut. Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Guckt auf jeden Fall bei Gamercheck vorbei. Das wird auf jeden Fall sehr lustig. Gamercheck IP. Und... Oh, Entschuldigung. Gamercheck IP, genau. Gamercheck ist jemand anderes. Haha. Und, ähm... Hoffen auf jeden Fall, dass ihr wieder einschaltet beim nächsten Part, wenn wir jetzt hier weiter gehen in die Portale. Bleibt gesund und viel Spaß noch. Ciao. Tschüss.